Musik 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 Und ich finde, Fahrschule in Bremen ist bestimmt so wie, keine Ahnung, Sexualkunde an der katholischen Schule oder so, du weißt? Ja, der Lehrer sagt dir schon im Prinzip, okay, was wir dir jetzt beibringen, gehört irgendwie zum Leben dazu, aber mach's einfach nicht. Und wenn du's machst, dann brauchst du keinen Spaß dabei, oder? Ja, 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 ja. Ich finde Musik immer noch schön, denn Musik, anders als die Magie, hat die Fähigkeit, Emotionen jedes Mal wieder herauszurufen. Wenn jetzt unser Freund hier jedes Mal singt, dann haben wir alle diese schöne Emotionen. Wenn ich jedes Mal jetzt einen Zaubertrick mache, dann denkt ihr alle, äh, kennen wir schon. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Wenn ihr einen nervigen Teenager zu Hause habt, sagt ihm er kann singen und schickt ihn hierher. Wir haben einen schönen Tag, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.